Musik Ich bin die Angelina Kuhnert, ich bin 20 Jahre alt und mache bei der ABA Entsorgung eine Ausbildung als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Sie ist sehr abwechslungsreich, man durchläuft viele Abteilungen, wie zum Beispiel hier im Labor, wo wir Messungen durchführen müssen oder aber auch auf der Deponie Gasmessen fahren, damit wir schauen können, ob die Grenzwerte auch alle eingehalten werden. Wir sitzen allerdings auch in der Verwaltung, wo wir viel mit Arbeitssicherheit zu tun haben oder aber auch die Leute am Telefon beraten müssen. Musik Mich stört, dass ich sehr weit weg wegen der Ausbildung ziehen musste, aber ich finde, der Schritt hat sich gelohnt. Musik Es ist wichtig, schon Bio- und Chemiekenntnisse zu haben. Ich glaube, auch Mathe wäre ganz gut, schon Kenntnisse darin zu haben. Und man sollte richtig Lust auf diese Ausbildung haben. Musik Ich werde vielleicht nach der Ausbildung noch studieren gehen, den Techniker hinten dranhängen, damit ich mich weiterbilden kann und höher als ein normaler Mitarbeiter komme. Musik Dass sie sich nicht zu sehr Zeit lassen sollten mit Bewerbungen schreiben, dass sie den Schritt auch wagen sollten, den ich gewagt habe und viel Interesse daran zeigen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020